Hallo und herzlich willkommen hier zu Kriegsgeschichten, meinem neuen Format, das zukünftig in Serie gehen soll. Da das hier die Pilotfolge ist, möchte ich euch vorab erklären, was Kriegsgeschichten ist oder später mal werden soll und vorab einige Worte sagen, um Probleme, die möglicherweise später auftreten könnten, vorzubeugen. Kriegsgeschichten soll keinesfalls eine Verherrlichung von Gewalt, Waffen oder Krieg sein. Es soll quasi wie eine Geschichtsstunde sein, nur nicht so trocken und langweilig wie in der Schule. Das Themenfeld bezieht sich allerdings auf Kriege und oder das Militär generell, egal aus welchem Land oder welcher Zugehörigkeit. Ich werde für die Kriegsgeschichten immer etwas Gameplaymaterial von Spielen wie Battlefield oder anderen zeigen. Das soll keinesfalls irgendein Vergleich von Realität und Spielen sein, es ist allein für den Unterhaltungsfaktor. Des Weiteren bekommt Kriegsgeschichten die volle Freiheit an Zeit zur Bearbeitung und Produktion. Ich möchte euch in diesem Format gut recherchierte Fakten zusammen mit hochqualitativen Produktionen bieten. Und deswegen werde ich mir auch schon mal einen halben bis einen ganzen Monat Zeit lassen, bis ich die nächste Folge veröffentlichen werde. Wenn euch die erste Pilotfolge hier gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und drückt Daumen nach oben, denn nur wenn das Ganze hier Erfolg hat, wird es in Produktion gehen. So, genug Organisatorisches, kommen wir zu unserem ersten Kriegshelden, Audie Murphy. Audie Murphy wurde am 20. Juni 1925 in Kingston als Sohn einer Farmpächterin, als Sechster von insgesamt zwölf Kindern in ärmlichen Verhältnissen geboren. Schon vor dem Krieg verließ Murphy die Schule und wurde Baumwollernter. Sein Vater ließ die Familie im Stich und seine Mutter starb, als er gerade mal 16 Jahre alt war. Das war auch einer der Gründe, wieso er sich der Army anschloss. In seiner Biografie steht ein sehr bewegendes Zitat. Wir haben nie viel über unsere Gefühle gesprochen, aber als sie von uns gingen, nahmen sie etwas mit sich, was ich bis jetzt nicht wiedergefunden habe. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 versuchte Murphy im Alter von 16 Jahren in die Streitkräfte einzutreten. Er wurde aber als zu jung abgelehnt. Nach seinem 17. Geburtstag im Juni 1942 fälscht er mit Hilfe seiner Schwester sein Alter auf 18 Jahre. Er versuchte zunächst bei den US Marines und dann bei den Fallschirmjägern angenommen zu werden, wurde aber beide Male als zu klein, er war damals übrigens 1,65 Meter abgewiesen. Am 30. Juni 1942 begann er schließlich bei der US Army seine Grundausbildung. Nach seiner Grundausbildung wurde Murphy in Italien stationiert, wo er einen anderen Soldaten kennenlernte. Sein Name war Letty Tipton. Tipton und Murphy wurden beste Freunde und kämpften Seite an Seite von Juli 1944 bis August 1945. Während dieser Zeit erhielt Murphy unglaublich viele Auszeichnungen und Beförderungen, unter anderem zwei Bronze Stars und einen Silver Star. Noch heute gilt Murphy als Most Decorated Soldier of All Time. Zu deutsch, der Mann, der jede, ja wirklich jede, Auszeichnungen erhielt, die ihm sein Land bieten konnte. Immer wieder bewies Murphy das Talent mit dem Gewehr, welches er durch die Jagd erlangte. Damals verdiente man als Baumwollernter ca. einen Dollar am Tag und er jagte, um seine Familie ernähren zu können. Es gab beispielsweise eine Situation, in der Tipton von fünf deutschen Soldaten angegriffen wurde, als er sich gerade rasiert hat. Murphy schaltete alle fünf mit fünf Schüssen aus. Verständlicherweise denkt man jetzt, wow, was für ein Biest. Aber Murphy war kein Killer, ganz im Gegenteil, er war ein großherziger Mann. Eine Stelle in seiner Biografie erzählt davon, dass Murphy und seine Männer von deutscher Artillerie beschossen wurden. Unter seinen Männern befahl, in Deckung zu gehen. Aber als er sah, wie verwundete deutsche Soldaten zum Opfer ihrer eigenen Artillerie wurden, da sie noch auf dem Schlachtfeld lagen, wies er seine Kameraden an, die verletzten feindlichen Soldaten in ihre eigene Deckung zu ziehen. Einer seiner Kameraden beschrieb das Ganze später mit den Worten, Murphy war immer ein grandioser Schützer, aber an diesem Tag verwandelte sich seine Waffe in Barmherzigkeit, und für uns alle wurden aus unseren Feinden wieder das, was sie wirklich waren. Menschen. Sie nahmen die verwundeten deutschen Soldaten mit in ihr Lager. Sie konnten ihnen keine Schmerzmittel oder sonstigen Medikamente geben. Sie hatten selbst nicht genug für ihre eigenen Männer. Erschießen konnten sie sie auch nicht, da das gegen die Regeln des Krieges verstoßen hätte. Also mussten sie mit ansehen, wie einige der deutschen Soldaten langsam und qualvoll starben. Murphy beschrieb diesen Tag als den Tag, der den Jungen in ihm abtötete und den Mann hervorbrachte. Denn trotz seines Einsatzes konnte er nicht alle Männer retten. An diesem Tag ahnte Murphy noch nicht, was alles noch kommen mag. Kommen wir nun zu dem Tag, an dem er seinen Stingwish Service Cross verdiente. Murphy und seine Truppen waren mit Lattie Tipton nach Südfrankreich beordert worden, um dort ein kleines Dorf gegen deutsche Soldaten zu verteidigen. Murphy und seine Truppen konnten das Dorf erfolgreich gegen die deutschen Soldaten verteidigen. Sie sahen zu, wie sich die deutschen Soldaten zurückzogen, als plötzlich zwei deutsche Soldaten mit Waffen über ihren Köpfen, der eine hielt eine weiße Flagge in der Hand, auf sie zukamen. Die beiden Soldaten tippten standauf, um die beiden gefangen zu nehmen, doch plötzlich eröffneten andere Soldaten das Feuer auftippen und durchsiebten ihn quasi mit Kugeln. Die beiden Soldaten, die sich gerade ergeben wollten, rannten wieder zurück in das Haus, aus dem die Schüsse kamen. Murphy musste mit ansehen, wie sein bester Freund vor seinen Augen starb. Er beschrieb dieses Erlebnis mit den Worten Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Ich hatte keine Angst mehr um meine eigene Gesundheit. Mein ganzer Körper war konzentriert auf das Töten. Murphy stürmte ununterbrochen feuernd das Haus, aus dem die Schüsse kamen. Er tötete acht Soldaten, welche diesen Trick geplant hatten, verwunderte drei weitere und nahm elf gefangen. Er erhielt für diese Leistung das Stingwish Service Cross. Zu diesem Zeitpunkt war Murphy gerade mal 19 Jahre alt. Kommen wir nun dazu, wie Murphy seine Medal of Honor erhielt. Es war nur ein paar Wochen nach Tiptons Tod. Es lag hoher Schnee in den Bergen Frankreichs und eine Brücke musste gehalten werden. Murphy und 128 andere Soldaten wurden dafür eingesetzt. Nur 19 davon überlebten oder wurden schwer verwundet. Und das in den ersten drei Tagen. Am vierten Tag bekamen die Deutschen Unterstützung. Drei Kompanien und sechs Tiger Tanks kamen am Hügel bei der Brücke an. Alles was Murphy hatte, waren zwei M10 Tank Destroyers. Und die haben ungefähr zehn Minuten überstanden. Sie konnten einen Tiger Tank kampfunfähig machen. Der Rest fuhr unbeschadet auf sie zu. Und jetzt kommt das Unfassbare. Murphy überlegte nicht lange, rannte auf einen immer noch brennenden Panzer zu, kletterte an ihm hoch und bemannte das Kaliber 50 und begann auf die anrückenden deutschen Soldaten zu schießen. Für eine ganze Stunde erwiderte er alleine das Feuer gegen die deutsche Infanterie und Panzer, die dabei waren, die Brücke zu überqueren. Er tötete und verwundete mehr als 50 Soldaten, bis die deutschen Panzer sich zurückziehen mussten, weil sie nicht genügend Infanterieunterstützung hatten, um vorzurücken. Nach dem Krieg wurde Murphy ein sehr berühmter Schauspieler in Hollywood. Er spielte hauptsächlich sich selbst. Er schauspielerte 21 Jahre lang und lehnte strikt das Trinken von Alkohol oder das Nehmen von Drogen ab, um so ein reines amerikanisches Vorbild für die Jugend zu sein. Aber auch wenn er ein Kriegsheld war und ein berühmter Schauspieler und ein Vorbild, ging es ihm innerlich sehr schlecht. Denn er litt wegen den Erlebnissen, die er im Krieg gemacht hatte, unter der posttraumatischen Belastungsstörung, die Schlaflosigkeit, Albträume und Phasen von Depressionen bewirkt. Seine erste Frau behauptete, dass er mit seinem Colt 45 unter dem Kopfkissen schlief. Bei seinen Anfällen habe er auch sie mit der Waffe bedroht. Mitte der 1960er Jahre wurde er von Schlafmitteln abhängig, die ihm sein Arzt verschrieben hatte. Er schloss sich für eine Woche in ein Hotel ein, um von den Medikamenten loszukommen. Murphy verstarb am 28. Mai 1971 bei dem Absturz seines Privatflugzeuges in den Bergen von Virginia. Murphy tötete während seiner gesamten Dienstzeit mehr als 240 feindliche Soldaten und verwundete oder nahm eine Vielzahl weitere gefangen. Außerdem ist die Zerstörung von sechs Panzern durch ihn nachgewiesen. Er gilt bis heute als meistdekorierter Soldat aller Zeiten. Tja, das war's mit Audie Murphy und der ersten Folge von Kriegsgeschichten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, schreibt's in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn das Ding hier in Produktion gehen würde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.